Hey, wach auf, Willi! Mal dir ein Lächeln ins Gesicht! Auf Maya und Willi wartet eine geheimnisvolle Reise. Ihr müsst etwas für mich überbringen. Das königliche Ei für Grünblatt. Eine Reise voller Überraschungen. Ich glaube, das ist ein Geschenk für dich. Eine Reise mit jeder Menge Action. Ja, mit der Prinzessin Bützwald! Prinzessin? Die Biene Maya. Das geheime Königreich. In ZDF-TV.